So, nächster Vlog. Wir sind schon wieder unterwegs. Wir sind beim Shooten für unsere Frühlingskollektion. Bayerisch Rock'n'Roll, da haben wir die zwei Seppels. Die machen Fotos und Videos. Und die Tanja, die stehen im Bruder. Also, ihr dürft wieder ein bisschen zuschauen und wir legen mal los. Ich schaue bloß in der Gegend. Mike, du bist auch gleich dran. Ja, ich freu mich tierisch jetzt in ein T-Shirt. Wir haben noch einen Ben dabei. Der Ben muss später an der Gitarre am Lagerfeuer spielen. Wenn die Finger dann noch. Ja, die Kollektion Bayerisch Rock'n'Roll, die kommt natürlich nicht ohne eine Gitarre aus. Was haben wir jetzt hier gesagt? Es wird schon gleich dumper. Es wird schon gleich dumper. Es ist aber schön. Ich mag nur das Hi, Hi. Das finde ich schlimm. Der Rest ist echt. Wobei, das macht den Sommer aus. Warte ich kräftige Stimme nachher. Ja, das machen wir. Dann singen wir, es wird schon gleich dumper am Lagerfeuer. Und Jinglebirds. Und Jinglebirds. Schon. Wieso habt ihr gesagt, dass wir reden müssen? Hört keiner zu. Gut. Hey, ich sehe da gerade Blackberry. Die werden abgesetzt. Ja, hab ich auch. Ich bin richtig sauer. Ich war echt ein bisschen traurig. Weil das ist das letzte Handy, das jemals von Blackberry gehen wird. Steigst du dann jetzt um auf iPhone? Na, ich werde das so lange rocken, wie es geht. Ich mach da immer einen Schatten, gell? Ganz oft. Hauptsache geht ganz im Blick. Die Farbe nicht, aber den Spruch. Ein Mundharmoniker wird gut werden. Ja. 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 Na, aber ich geh immer mit der Kamera so weit hin. Magst du mein Ort sehen? Den müssen wir anders schießen. Das ist so kalt. Wir brauchen ein paar Fahrten. Hast du da eine Einweisung bekommen von ihm? Nein. Das ist ja. Das habe ich mir ein bisschen abgeschaut. Diese Kamerafahrten. Mädels, es ist ja einigermaßen warm. Wir machen uns warme Gedanken. Wie gefallen euch die neue Sachen? Spitze. Spitze. Martina überlegt da nur. Ja, ich kann mal so auf Spitze wie gut sie das überprüfen. Genial. Ich muss ja ehrenzeig selber überdrehen. Das wird die Herren. Das macht mich nervös, wenn dort zwei Kameras auf mich gerichtet sind. Warum? Und dann auch noch so nah. Nein. Nicht so nah. Du liebst sie. Hallo. Herr Bavarian Couture. Gehst du zu mir auch so nah hin. Jetzt weiß ich, warum die Laura das nicht mag tatsächlich. Warum nicht? Laura, I feel you. Seppi, was meinst du Lagerfeuer langsam anschmeißen? Dann sag ich, wir haben einen Papa heute dabei. Weil der Papa macht natürlich... Ja, ein Stockbrot kommt auch noch. Der Papa ist halt fürs Lagerfeuer zuständig. Weil wir jetzt noch eine kleine Session am Lagerfeuer haben. mit Gitarre und ein bisschen am Bier und so weiter. Und jetzt hört es mal an. Damit das Lagerfeuer gut rauskommt. Was allgemein die Problematik ein bisschen ist. Es soll schon sehr nach Frühling ausschauen. Und es ist einfach noch ganz schön winterlich und so weiter. Deswegen haben wir gedacht, heute filmen wir, wenn es eigentlich schon fast komplett dunkel ist, dass man das nicht mehr so recht sieht. Und dann machen wir Lagerfeuer. Passt eh gut zu bayerisch Rock'n'Roll. noch mal, aber es wird man ein bisschen ruben. Ja. Komm schonätt orchтовet & dem Video. Das werdet ihr bald sehen. Die Kollektion ist draußen. Ihr könnt es jetzt in den Onlineshop schauen und euch die neue Sachen anschauen. Bayerisch Rock'n'Roll. Wir hoffen, euch gefällt es und im Vlog kommt bald wieder an. Macht es gut. Pfiat euch! Prenzlauer. Jetzt hast du den Stucki den anderen, den ich dir gemacht habe. Den habe ich am Tisch gelegt.